Jo Leute, was geht ab? Hier ist wieder Zeugemaus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von CatCon, Leute. Lange ist es her, knappe zwei Monate, wo die letzte Folge von CatCon rauskam, aber jetzt wird wieder sonntags eine Folge kommen, hoffentlich. Ich habe ja vor zwei oder einer Stunde ein Video hochgeladen, ein Infovideo. Dort habe ich nochmal alles erklärt. Schaut es auf jeden Fall mal an, wenn ihr es noch nicht getan habt. Dort habe ich erklärt, warum keine Videos kamen, was kommt, wie die Pläne sind, dies, das und jenes. Schaut es auf jeden Fall euch an. Lohnt sich. Und jetzt machen wir endlich mal wieder eine CatCon-Folge. Habe ich Lust, habe ich Fun. Und ja, wie es dazu gekommen ist, dass ich jetzt wieder CatCon-Folgen aufnehme, ist dazu, dass ich halt jetzt wirklich, ich liebe Livestreamen auch. Und ich mache jetzt jeden Tag halt Livestream auf Twitch und dort habe ich jetzt in der letzten Zeit wieder Lust auf Minecraft. Und ich will CatCon-Zocken. Ich will auf jeden Fall CatCon-Zocken, weil ich habe keine Lust mehr auf Fortnite. Ich habe ja immer nur Fortnite-Hype ausgenutzt und immer Fortnite, Fortnite, Fortnite. Und ich habe halt langsam echt keine Lust mehr auf Fortnite. Und jetzt habe ich mal wieder Bock auf CatCon. Ich habe mir überlegt, was ich alles hier machen kann. Und das ist einfach relativ viel zu viel, was ich vorhabe. Das ist aber gut für uns. Heißt, jeden Sonntag eine Folge. Ich werde jetzt auch nichts alles nur an Neu sagen, was ich in dem Infinite-Video gesagt habe. Schaut das auf jeden Fall euch an. So Leute, wir fangen an hier auf CatCon mit, ja, was wollen wir anfangen? Das ist jetzt fast zwei Monate her und ich weiß es überhaupt nicht mehr hier, wie wir angefangen haben. Ich denke, wir haben ja immer am Spawny angefangen und machen auch hier weiter. Aber bevor wir das machen, ihr seht, ich habe eine Facecam an. Ich habe es auch, das kann ich schon mal euch sagen jetzt hier für die Leute, die halt auch keine Lust haben, das Infovideo anzugucken. Kann ich verstehen. Dort habe ich gesagt, dass ich jetzt jede Folge mit der Facecam mache, mit dem Greenskin schön, habe ich extra für einen Livestream benutzt. Also benutze ich, weil ich finde das besser, dass man hinter mir halt noch das Bild sieht, weil wenn ich kein Greenskin benutze, ist halt komplett unten rechts eine ganze Ecke von Bild weg und das ist scheiße. Das mag ich nicht. Deswegen habe ich das jetzt einfach so gemacht, finde ich besser, finde ich cool und ja, so mache ich das jetzt halt. So, Catcoin habe ich ein bisschen hier noch in der Farmwelt gefarmt. Ich hatte eigentlich mehr Dias, aber ich musste verzaubern. Dies, das werdet ihr doch gleich sehen. Eisen haben wir immer noch Mangelware, weil wir ja, ach, das zeige ich euch. Ich weiß gar nicht mehr, was ich in der letzten Folge hier gezeigt habe. Das zeige ich euch jetzt hier, wozu ich Eisen brauche. Also ich brauche Eisenblöcke für unseren Shop, für Beacons, denn Havi und ich haben überlegt, hier an jeder Ecke ein Beacon zu stellen, weil unter dem Shop bauen wir eine Mobfarm und dazu gehört halt Schnelligkeit, alle zwei für uns halt, für abbauen. Und dann machen wir noch Reaktionen und Sprungkraft war das, nee, Stärke 2 wollten wir machen, Stärke 2 und Sprungkraft. Oder Sprungkraft komplett weg und dafür Reaktionen, glaube ich, wollten wir machen. Und dafür brauchen wir halt Eisenblöcke, weil wir haben noch keine, also die zwei Beacon Szenen noch, da haben wir noch gar nichts mit Eisen und da fehlt auf jeden Fall noch eine Menge hier ganz, ganz unten. Da werde ich jetzt aber nicht runtergehen und dafür muss ich halt sehr viel in der Farmwelt farmen gehen. Ich will es auch nicht gerne kaufen, weil es ist zu teuer einfach. Es ist einfach zu teuer und dafür habe ich keine Lust, Geld auszugeben. So, wir machen erstmal direkt hier mit, zeige ich euch auch immer mit meinen Spielzeit und Money, Dies, Das und Jenes, Stats auch, Kessen. Ich bin jetzt schon 33 Tage, 4 Stunden, 20 Minuten online, also insgesamt, ihr wisst es ja. Ist auf jeden Fall eine gute Sommer, eine gute Zeit und bin ich stolz drauf. So, machen wir weiter mit MC Stats, dort bin ich jetzt, oh, Power Level 5555, das ist ja mal ein Zufall, dass ich das jetzt erreicht habe. Dort habe ich ein bisschen noch gemeint, ein bisschen hier mit Schwert, ich habe ein bisschen gefarmt mit Herbalist, Woodcutting, habe ich alles mal ein bisschen noch gemacht und was jetzt mein Ziel ist in den Livestreams ist, Excavate auf 1000 zu bringen. Wir haben 906, heißt nur noch 94, also Level, das kriegen wir auf jeden Fall hin, denn was ich vorhabe, könnt ihr auch verstehen, dass ich schon Level 1000 sein könnte dann, das zeige ich euch gleich. Ähm, unseres Geld, ich habe halt, ähm, hier, ja, ein neues Konto angelegt. Ich habe einmal unser Konto von dem Shop, da ist jetzt Pleite, war eigentlich 10.000 drauf, aber irgendwie haben Leute was verkauft, egal. Ähm, auf mein Konto habe ich 66.000 und ich habe mir ein Sparbuch zugelegt, dafür, ähm, falls, ähm, irgendwas Wichtiges gekauft werden soll, zum Beispiel diverse Köpfe oder, wie wir es lieben, Geesse. Havi und ich haben was in Planung, seid gespannt mit Geessen. Darüber muss ich aber nochmal mit dem Jungen reden und, ähm, ob das geht oder nicht. Und, ja. So, dann zeige ich euch jetzt mal, was ich meine mit Excavate of 1000, denn ich muss sehr viel Sand farmen. Wofür brauche ich Sand? Für Glas? Wofür brauche ich Glas? Für ein neues Gebäude, ihr seht das hier schon, ich habe das Ding gebaut, hier, auf der schönen Ebene bei uns. Ähm, habe ich gestern alle schön im Livestream gespielt, äh, gebaut und erarbeitet dies, das. Ich habe gestern einfach mal 10 Stunden gestreamt, Alter, 8 Stunden oder so. Also, knappe 10 Stunden war das so, ich glaube, 7 Stunden oder so, Catcon und die restlichen mit anderen Spielen. War auf jeden Fall schon haarig. Und, wie ihr seht, ähm, ihr könnt euch jetzt noch nicht vorstellen, was es ist, aber wenn ich hochgehe, könnt ihr euch es schon mal vorstellen. Und dann mit den ganzen, ey, 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 sorry, wenn ihr das jetzt hört mit den Hunden. Aber die eskalieren jetzt gerade wieder dermaßen. Ähm, ich habe hier so kleine Gehegen gebaut. Das sollte eine Schaffarm sein für, äh, unser Shop. Können die Leute hier schön, äh, Schafe scheren gehen. Muss irgendwie gucken, dass ihr das erlaubt. hier nur scheren, sonst nix anderes. Hältst die Klappe da draußen, jung. Und, ähm, ja, das muss ich halt noch alles hier reinbringen, die ganzen Schafe. Was ich jetzt an Glas brauche? Junge, ich klotsche gleich eine. Ihr hört's selbst, Alter. Scheiß, Mann. Schön in meiner Aufnahme, ey. Dankeschön. Dank, du Arsch. Ähm, mit dem Glas werde ich hier so eine geile Glaskuppel bauen und hier überall in den jeden Bereich hier will ich, ähm, wie so ein Trichter will ich aus Glas sowas bauen hier. In der Mitte geht dann so ein Block hoch, verbreitet sich immer, bis, äh, hier es angeduckt ist und so. Ihr werdet es irgendwann sehen. Ich weiß nicht, ob dir das vorstellen könnt, aber ich hab auf jeden Fall so eine Ahnung, wie ich das bauen würde und dann hier außenrum würde ich gerne eine komplette geile Glaskuppel bauen, weil ich will das offen haben. Ich will das nicht mit Ziegenstein zubauen. Das ist scheiße. Und, ähm, ich muss das halt hier noch alles ausleuchten. Auch hier unten drunter sind überall Wege, da muss ich noch alles ausleuchten, aber das werde ich wahrscheinlich heute in den Livestreams machen. Und, ähm, ja. Wenn ihr Lust habt, mal einen Livestream vor mir zu sehen von CatCon, schaut auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Erster Link ist ganz oben. Da steht Twitch und mein Name. Klickt einfach drauf. Und, äh, wenn ihr sehen wollt, dass ich live bin, lasst einfach einen Follower da, dann kriegt ihr eine Benachrichtigung ganz einfach. Und, ähm, dann seht ihr, wenn ich live bin oder wenn ihr gefollowed habt, seht man auf der linken Seite alles, wen du gefollowed hast. Und wenn einer live geht, sieht man das direkt auf der linken Seite von Twitch, auf der Startseite. Und, ja. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Wäre auf jeden Fall nice, euch mal im Livestream kennenzulernen. Kann man einfach mal ein bisschen quatschen, dies, das und jenes. Oh, da hab ich was vergessen. Das ist scheiße. Das muss ich direkt mal beheben, Leute. Das machen wir direkt mal hier schön in der Aufnahme. Denn das geht ja überhaupt nicht hier, wenn ich was hier, 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 ne, vergesse. Ich hab hier sieben hoch. Also sind das zwei, vier, fünf, sechs, und die sieben. So. Haben wir das auch schon geschafft hier. Heißt, heute in den Livestreams machen wir das hier fertig. Ja, ja, ja. Das dauert auf jeden Fall viel, viel Glasfarmen, dies, das und jenes. Das wird auf jeden Fall sehr viel Zeit Anspruch nehmen. Aber wir haben ja die Zeit eingestellt. Nicht, aber wir haben ja Zeit zum Zocken. Monate, Jahre lang. So, und das hab ich gemacht. Dann, äh, hab ich noch ein bisschen, wie gesagt, Wot-Cutting gemacht. Bisschen Holz gefahren, weil wir hatten echt kein Holz mehr. Außer im Shop das Holz. Aber das werde ich jetzt nicht so immer benutzen. Deswegen hab ich ein bisschen noch mein Lager hier hinten aufgefüllt, da hinten. Und, ähm, ja. Was ich noch getan habe, ist, ähm, den Livestreams und, äh, privat, also offline, hab ich weiter hier die Berge abgebaut, wie ihr seht. Ich bin schon so weit geworden, gekommen. Gewonnen, genau. Gekommen. Ähm, den Rest hier baue ich auch heute noch ab. Und, ähm, dann geht's langsam hier überall hin und langsam werden wir fertig hiermit. Aber, was ich halt noch vorhabe mit Havi, mit geessen, das sagen wir euch jetzt nicht, kommt da wahrscheinlich noch mehr dazu. Mäh, hab ich auf jeden Fall nicht so viel Lust, aber man muss es ja machen. Also, man muss es nicht machen, aber ich will's gerne machen. Denn, was wir hier vorhaben, Städte bauen, dies, das und so, wird auf jeden Fall nice werden. So. Langsam füllt sich das GS hier auch. Hier schön mit der Kuhfarm, da mit der großen Schaffarm, hab ich alles schön gebaut. Find ich eigentlich cool gemacht. Ganz einfach. Und, ja. Für mich ist es halt auch gut, hier mal eine Schaffarm zu haben. Ich kann auf jeden Fall woanders noch Schaffarm besuchen. Aber, eine eigene Schaffarm ist ja auch mal was Besonderes und macht auch Spaß, die zu besuchen. Ja, Leute. Das war's eigentlich auch schon. Mehr hab ich nicht gemacht. Das waren nur zwei Tage, die ich auf Kitcoin gezockt habe und gestreamt habe. Jetzt will ich aber wieder langsam aufwärts gehen. Auch mit YouTube und so und auf jeden Fall mit Twitch, weil ich liebe Twitch. Ich will da meine Community aufbauen. Ich will gerne hier auch meine Community aufbauen, aber auf Twitch, äh, auf YouTube finde ich das irgendwie schwieriger, eine Community, eine geile Community aufzubauen. auf Twitch ist es ein bisschen einfacher, denke ich mal so. Also, kommt bei mir so rüber. Und, ähm, ja, schaut auf jeden Fall auf Twitch vorbei. Das würde mich mal sehr, sehr freuen, wenn ihr mal da seid. Und, äh, einfach anmelden ist kostenlos und, äh, einfach in den Chat schreiben, ballern und, äh, würde mich sehr freuen und wir sehen uns in der nächsten CatCon-Folge wieder. Haut da rein. Ciao, ciao. Ach, und lasst ein Like da. Dankeschön. Ciao, ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.